moin leute und willkommen zum nächsten video heute machen wir mal ein bisschen was anderes und zwar ich möchte euch warnen vor pocket option leute die einfach nur fakes online bringen und das video soll heute dazu dienen dass ihr wirklich auf euch aufpasst passt auf euch auf passt auf euer geld auf und vor allem passt auf die leute auf denen ihr bei youtube vertraut ich zeige euch heute einfach mal wie leicht man pocket option videos faken kann und dass dieses wirklich jeder einfach mit zwei klicks hinbekommt und damit starten wir jetzt einfach mal ich habe wirklich lange darüber nachgedacht ob ich dieses video machen soll aber ich finde dass ihr da draußen wissen sollt dass es solche youtuber gibt das wird die youtuber jetzt gerade nicht so freuen dass ich dieses video hier online bringen aber es ist mir egal es ist mir komplett egal das sage ich euch ganz ehrlich weil ich finde die leute gehören einfach nicht auf youtube das ist einfach komplett alles fake und so weiter und bevor ich jetzt hier gerade das thema noch ausschmücken und wirklich auch emotional da ein bisschen darauf reagiere weil mich das wirklich auch selber ja betrifft möchte ich euch das ganze jetzt einfach mal zeigen also ganz easy ihr seid auf der website pocket option und jetzt zeige ich euch wie es geht ihr klickt hier oben seht ihr momentan wir sind auf dem demo account klicken drauf ich zeige euch den real account einmal kurz real account ist hier komplett leer das heißt null dollar und wir gehen auf den demo account und was müssen wir jetzt machen rechtsklick auf demo dann machen wir hier unten untersuchen oder ich glaube f12 kann man auch drücken dann kommt in dieses tolle menü hier rein das heißt da können wir das ganze jetzt anpassen jetzt seht ihr schon hier und das ist jetzt unser demo bereich hier steht auch demo bei das heißt wir müssen das ganze hier einmal ändern soll das einzige was wir hier ändern einfach demo ändern wir um in real dadurch ändert sich hier oben die farbe und dahinter schreiben anstatt demo schreiben wir auch real hin so zack haben wir da oben schon mal real stehen obwohl es ein demo account ist dann sagt ihr natürlich ja gut hier oben steht noch neuling das ist ja auch komplett falsch ja dann klicken wir da auch noch mal drauf untersuchen dann kommen wir hier unten hin haben wir hier newbie stehen das heißt da machen wir jetzt einmal experienced experienced jetzt haben wir schon mal gelb machen aus neuling dann ganz einfach also ändern wir neuling natürlich auch um in erfahrener zack so das ist korrekt so und dann können wir das ganze hier wieder schließen und zack wir haben ein fake account erstellt wie lange das gedauert paar sekunden das einzige was jetzt natürlich nicht machen dürft ihr dürft nicht 5 drücken weil die seite dann neu lädt und dann habt ihr alles wieder verloren quasi aber jetzt zeige ich euch mal wie es geht hier oben achtet mal auf die zahl ich drücke höher machen trade der trade geht auf hier unten seht ihr die order oben hat sich das geändert alles klar den trade habe ich jetzt verloren zack verloren so das war's im endeffekt kann ich jetzt hier das geht ja gerade nach unten machen wir einfach fünf sekunden auf dem low trade hier machen wir noch ein das ist der einzige punkt wo das ganze dann nicht mehr funktioniert sobald wir unter die 1000 kommen weil unter der 1000 würde sich hier rechts das auch wieder ändern das gelbe das heißt achtet mal drauf einige youtuber train wirklich nur von 1000 bis 5000 warum weil sich sonst hier rechts das logo ändert also die farbe müsste sich ändern so und was jetzt krass ist wir können jetzt hier beim demo konto hier sieht man ja demo konto können wir auf nachfüllen klicken wir machen einfach wieder also das schneiden die youtuber dann raus das heißt wir machen jetzt hier wieder 100 sagen wir machen 500 drauf so hinzufügen jetzt haben wieder 1 4 so das heißt ihr müsst euch vorstellen die traden quasi so dass diese jetzt sagen alles klar ich trage hier machen short auf fünf sekunden zack so vielleicht gewinnen wir den oder den guten haben wir sogar gewonnen jetzt hier zack gewonnen das heißt schon mal 15 wir machen noch einen auf mal gucken ob das wieder klappt so also im endeffekt so bauen die ihre videos auf und jetzt merken die okay ah mist hat nicht geklappt was machen sie dann kurz einmal kurz hier auf nachfüllen 150 euro war mein trade füllen sie nach hinzufügen haben wieder den gleichen wert wie vorher und warten wieder ab wisst ihr was ich meine das heißt hier unten die uhrzeit bleibt genau dieselbe die haben kurz da einmal nachgefüllt das ein cut im video und zack haben sie wieder das geld drauf und tun soll es ob sie damit weiter trade deswegen die leute die dann hier jetzt direkt mit 500 euro traden und sagen dann jetzt hier keine ahnung fünf sekunden short machen wir jetzt mal gucken ob wir das ganze jetzt hier gewinnen in dem fall nö haben wir nicht gewonnen alles klar machen wieder nachfüllen 500 euro also ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus möchte genau so machen die das ganze hier ja gut manchmal funktioniert die seite hier selbst nicht so richtig hier mit dem nachfüllen 500 aufs demo konto zack sind wir aber 15 so als ob nie was gewesen wäre und dann traden sie immer so weiter nur so entstehen die videos von 50 dollar auf 50.000 dollar nur so anders funktioniert es nicht die machen das so lange bis es funktioniert sage ich euch so wie es ist und so leicht faked ihren account und wie gesagt das einzige was nicht machen dürft ihr dürft nicht 5 drücken weil dann seht ihr die seite neu und zack wir haben den das demo konto wieder da stehen und hier oben der neuling so warum habe ich gerade eben hier oben gesagt okay wir müssen von 1000 dollar bis 5000 dollar kann ich euch ganz leicht zeigen wenn wir hier auf einzahlungen gehen da seht ihr dann hier die verschiedenen farben erfahrener ist gelb von 1000 dollar bis 5000 dollar deswegen traden die meisten bis 5000 dollar und gehen da nicht drüber genauso in die andere richtung wenn sie von 100 dollar auf 1000 dollar traden es gibt manche die machen das dann müsst ihr darauf achten da gibt es einen cut zwischen dem trade von 100 dollar also bevor man hier auf die 1000 dollar kommt gibt es ganz kurzen cut und dann sagen die trotzdem oh ja den trade haben wir ja gewonnen aber genau in der zeit haben sie einmal kurz das logo hier geändert die farbe und so weiter haben alles angepasst und genau so funktioniert das ganze und also ich möchte euch nicht dazu jetzt euch das zeigen und zu sagen ja hier los ihr müsst jetzt alle faken sondern ich zeige euch einfach wie leicht es geht deswegen passt bitte auf euch auf lasst euch nicht verarschen von den leuten weil das ist echt eine katastrophe vor allem bei pocket option das ist echt also man kann das so leicht faken einfach hier das ist wahnsinn und ich habe das nur ganz zufällig jetzt rausgefunden weil ich mir dachte so das kann nicht sein dass die leute einfach so von 50 dollar auf 50.000 dollar mal eben kurz hoch traden da also da habe ich kein verständnis für sage ich euch ganz ehrlich und deswegen es ist mir auch egal wenn jetzt mein ruf was pocket option angeht hier weiter runter geht weil jetzt alle sagen du hast ja selbst gefakt ich habe nicht gefakt ich habe nie meine meine mein konto oben anzeigen lassen das heißt ich habe sowieso immer mit demo getradet die strategien die ich euch gezeigt habe waren alle auf demokonten das sage ich sage ich euch so ist so ich habe nie behauptet dass ich live getradet habe also ich habe auch mal live getradet aber nie in den videos ich habe das auch nie erwähnt deswegen das bleibt euch überlassen ich zeige euch hier nur strategien die ihr bei pocket option anwenden könnt ob ihr das mit echt geld macht mit demo geld macht das bleibt immer euch überlassen das heißt ihr selber müsst entscheiden wem ihr bei youtube wirklich vertraut und wem nicht und ich sage euch ganz offen ich trade bei pocket option nicht mehr weil ich einfach zu viel geld schon verloren habe ich habe auch mal geld wieder gewonnen klar es ist immer ein auf und ab aber ich habe halt wirklich meine leidenschaft beim forex trading gefunden das heißt mit stop loss und take profit das heißt wenn ihr jetzt sagt bei pocket option ja dann kann ich ja jetzt wirklich gar kein mehr vertrauen und selber habe ich sowieso auch nicht wirklich profite damit gemacht dann seid ihr eigentlich genau richtig bei mir weil dann könnt ihr zum forex trading wechseln glaubt mir das ist wirklich das war mein mein weg einfach wie ich vom vom nicht profitablen pocket option trader zum profitablen forex trader geworden bin da kann ich auch noch mal ein extra video zu machen aber das ist einfach der weg das heißt wenn ihr da bock drauf habt und ihr komplett am anfang seid ist gar kein problem ihr habt gar keinen plan wovon ich da rede take profit stop loss wurscht dann kommt einfach auf einem discord weil auf einem auf einem discord da könnt ihr mit allen anfängern zusammen und auch fortgeschrittenen einfach zusammen diskutieren wir reden da auch zusammen das heißt darüber machen wir das dann komplett das heißt wenn ich euch überzeugen konnte dass ihr vielleicht jetzt sogar zu forex wechselt also also das ist auch forex ist ja auch währungs trading aber halt keine optionen mehr traden sondern wirklich richtiges trading mit stop loss und take profit wo ihr euer risiko managen könnt und so weiter dann seid ihr auf jeden fall genau richtig dann könnt ihr gerne mal auf unserem discord vorbeischauen ihr könnt auch gerne mal eure meinung jetzt dazu in die kommentare schreiben zu diesem ganzen thema zu den ganzen fake youtuber weil es gibt dann einige draußen ich weiß ich weiß ihr kennt sie ihr wisst ganz genau welche ich meine weil die ganzen videos die ihr geguckt habt habe ich natürlich auch geguckt und ich wollte euch heute nur mal zeigen dass das ganze tatsächlich nicht real ist tut mir leid sorry leute es gibt auch noch andere möglichkeiten das zu faken nur weil jetzt einer f5 wenn ihr sagt zu ihm beim live trading drückt mal fünf nein es gibt auch noch andere wege das war jetzt nur der leichteste weg wie man das für youtube videos ganz easy faken kann gut dann danke ich euch trotzdem für eure aufmerksamkeit und lasst dem video gerne ein like dann kommentar und wenn ihr in zukunft dabei sein wollte und wirklich selber mal richtig profitabel euer geld aufbauen wollt ihr möchtet wirklich selber lernen 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 dann seid ihr hier genau richtig und dann könnt ihr gerne abonnement da lassen das ist kostenlos und ansonsten würde ich sagen sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dahin ciao ciao